Musik Boah, den Rainbow noch gerettet Ja, ich weiß warum Weil du dein Megaman-Spiel verloren hast Und weil ich unter Alkohol besser spiele Was halt total merkwürdig ist Außer bei Layton Ja, stimmt, das stimmt Bei Layton verkack ich Keine Ahnung warum Bei Layton kack ich immer ab Ich weiß auch nicht, weswegen Oh, guck mal, wir haben Professor Eich Los Eichel Du Eichel, heb dein Bein Wie Sie die Bein Los Eichel Was bei Layton Was ist nicht die Schilders Was heißt, was wir haben, mein Name Was ist nicht die Schilders Was ist nicht die Schilders Chuck Norris 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 Und für jede Spende, die reinkommt, ab 3 Euro mache ich das auf vorletzter Stufe und ab 6 Euro mache ich es auf letzter Stufe und versuche das zu schaffen. Wobei letzte Stufe ist halt echt schon scheiße hart, da würde ich eher sagen, das sollte schon mehr sein dann. Baş geht kaput. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles klar! Danke für den Host auf jeden Fall! Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, den Rainbow noch gepackt! Den Rainbow noch gepackt! Das ist nicht so dein Spiel. Ja, dann guckst du am besten vielleicht später nochmal rein. Mabazu, mein Freund, wie geht's dir? Wie geht's dir? Denn... Musik Ich habe das Gefühl, es wird jetzt gleich exponentiell schneller Musik 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 Oh Gott Ich frage einfach mal so, wie war euer Tag heute? Ich frage einfach mal so, wie war euer Tag heute? Ich frage einfach mal so, wie war euer Tag heute? Ich frage einfach mal so, wie war euer Tag heute? Ich frage einfach mal so, wie war euer Tag heute? Ich glaube, das wird kein Rainbow Kein Rainbow Dash Was ist das? Was ist das für ein Lied gewesen? Ich bin froh, wenn wir nachher hier durch sind und dann ein bisschen Stadt-Land-Fluss mit euch zusammen zocken. Natürlich in der Crazy Nero Variante und danach wird wieder um, 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 Metroid aufgenommen. Nein, nicht raus. Dann mach mal. Dann geh nicht raus. Dann geh mal los. Nein, nicht nur mal. Mal was schönes, ruhiges spielen. Oh Gott. Ja, Stadt-Land-Fluss. So, nochmal neu. Ja, Stadt-Land-Fluss. Ich glaube, die anderen haben gar nicht mitgekriegt, dass wir am Streamen sind. Ja, Stadt-Land-Fluss. Ja, Stadt-Land-Fluss. Ja, Stadt-Land-Fluss. Ja, Stadt-Land-Fluss. Jetzt kommt's! Wenn ich einmal so aus dem Flow raus bin, dann ist es vorbei.